Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge SIEWEWISINN, wo wir jetzt hier gerade einfach mal durch die Tür gelaufen sind. Ich hätte es gedacht, hier hinterher erwartet uns direkt wieder was. Ähm. Und uns erwartet hier auch was. Ein brennender Bus, an dem wir anscheinend nicht vorbeikommen. Oder? Ah, doch. Ich dachte schon, das Wasser war tiefer und ich müsste wieder anfangen zu schwimmen. Nach oben oder nach unten? Ich gehe zuerst mal nach oben. Hier haben wir nämlich noch Munition. Allerdings für unsere andere Waffe. Aber auch nur drei Kugeln. Ich dachte eigentlich, wir hätten gut Munitionen angesammelt, äh, nach dem letzten Boss. Aber. Ein kleiner Kampf da vorne und die ganze Munition ist schon wieder weg. Das ist nicht gut. Ich sollte irgendwie sparsamer damit umgehen, aber ich weiß nicht wie. Weil Nahkampf macht irgendwie halt null Schaden. Gefühlt. Und wenn die plötzlich mit MGs rumballern, da muss ich halt auch mit dem MG zurückballern. Ich weiß nicht, ob der sich umdreht. Wenn ich da rangehe. Ansonsten versuche ich den jetzt leiser als zu schaden. Ansonsten versuche ich ihn jetzt leiser auszuschalten. Dankeschön, Spiel. Alles klar. Hätten wir das auch mal geklärt. Toll. Komme ich da überhaupt aus mit der Karre? Ja. Ja. Ja gut, dann wohl nicht ganz so leise. Boah, ich will hier nicht durchschwimmen. Ähm. Ach du Scheiße. Ähm. Ähm. Ja, ne, ist klar. Meint ihr, ich kann hier einfach durchgehen? Ne, guck mal da hinten. Lohmann ist schon wieder. Ja. 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 Ich weiß nicht, ob das was bringt. Oh, warte mal. Das könnte was bringen. Ist ja schließlich ins Wasser. Äh. Die Begeisterung dafür ist... Hält sich in Grenzen. Oh Gott, 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 oh Wer ist? Inzentod? Der Schleichangriff klafft nicht bei allen Gegnern. Hm? Okay. Ich könnte vor allem suchen, den hier noch runterzuschießen. Wird es vielleicht abgelenkt? Los, 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 schwimm, 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 schwimm. Schnell, 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 los, 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 los. Da hoch, da hoch, da hoch, da hoch, da hoch, da hoch, oh Gott, 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 oh Gott Hilfe. Scheiße. Ich habe gerade gesehen, da hängen auch wieder welche. Die könnte ich wahrscheinlich wieder runterschießen zur Ablenkung. Mit Kopfschüsseln und Streichhörtern und Schleichangriffen sparst du Munition. Oh Gott. Schwimm, 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 schwimm. Schnell, schnell, schnell. Zieh, 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 zieh. Das schaffe ich nicht, das schaffe ich nicht, das schaffe ich nicht. Ich komme nicht hoch. Kletter. Los, hüpf. Weiter. Los, los, los. Schnell, schnell, zieh, 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 zieh. Kommt von hinten noch was? Ich bin mir unsicher. Gerade. Komm, schwimm, 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 schwimm. Der schwimmt jetzt da hinten hin. Ähm, doch nicht, 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 doch nicht. Ah! Kann ich nicht da unterwegs irgendwie speichern? Konnt man mich nicht irgendwie auch schnell speichern? Okay, das Ding ist abgelenkt. Schwimm. Schwimm, 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 schwimm. Schwimm, als gäbe es keinen Morgen. Kletter, 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 als gäbe es keinen Morgen. Und hüpf, und renn, und schwimm. Oh Gott, direkt neben mir. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, 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 noch ein bisschen langsamer auf dem Wasser. Genau, gute Idee. er ist gerade abgelenkt, er ist gerade abgelenkt schwimmen, schwimmen, schwimmen schneller ich habe einen guten Vorsprung kletter durch, kletter durch und rin Kontrollpunkt bitte, kann ich speichern nee ne so schnell setze ich keinen Fuß mehr ins Wasser ja, 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 gute Entscheidung bin ich voll bei dir aber wahrscheinlich müssen wir das, wir haben gar keine Wahl wir können uns gar nicht entscheiden, ob wir ihren Fuß ins Wasser setzen oder nicht oder das kommt gleich hier durchgeschossen bekommt plötzlich Füße und denkt sich so jo, ich lebe jetzt auch an Land das ist mir egal, was du sagst so, bisschen Munition ähm auch nü wo ist er wo ist Kille geht, Schnürschuh gut, dass ich die alle verbrenne, die Leben noch ähm was hier, verbrennen du alte Flitzpiepe scheiße, 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 scheiße und du, wo soll ich denn hin ähm Munition alle Munition alle ja, Munition alle ja, nimm dir Glibber mit genau, Glibber ist gerade das, was du brauchst ähm wie braucht noch mal das Rad hier die Pistole bitte auf die eins Reserve habe ich sechs, ne da habe ich keine Reserve da habe ich kann ich das vielleicht auf die zwei packen und renn ähm habe ich gerade Rubik getrötet mit einem Schuss eine billige Kopie ach, das war nur eine Kopie boah, Alter trotzdem ich zünde die trotzdem an es gefällt mir nicht so wenn man mit mir spielt das ist ich habe auch Gefühle okay haben wir hier noch irgendwo Munition irgendwo gehortet irgendwo gebunkert vielleicht hier in dem Kinderwagen klar in dem Kinderwagen sind Streichhölzer wer kennt es nicht guten Kinderwagen mit Streichhölzern drin ähm das wird doch so hundertprozentig hinter mir wieder zufallen enttäuscht mich nicht noch eine Spritze Dankeschön ich will da nicht runter was habe ich gesagt ich wusste doch oh Gott was ist das das kann doch nicht wahr sein auch nö ist das dreckig hier es fällt dir aber früh auf es war schon immer dreckig hier ist das sein Werk überhaupt doch keine Ahnung wessen Werk das ist das ist mir mittlerweile auch sowas von egal obwohl so viele Scherben lagen hier sonst nicht ne ich könnte da wieder durch aber wenn wir gerade hier sind können wir auch ein bisschen Glibber ausgeben ne und vielleicht auch mal ja sie wissen schon dass mich niemand ersetzen könnte ja ich weiß das glaube ich ich überschreibe mal den Spielstand habe ich noch einen Schlüssel gefunden ich bin mir nicht mehr sicher vielleicht haben wir da noch ein bisschen Munition gehortet ich glaube es zwar nicht ja okay den Schlüssel haben wir nicht und hier ist keine einzige Tür mehr offen nicht so schön aber haben wir das Kapitel jetzt durchgespielt wohl kaum das wäre ein bisschen zu kurz gewesen und vor allem so eine Rubik-Kopie die hat jetzt auch nicht so viel komm wir könnten jetzt auch noch die Magnum leveln ich weiß nicht ob wir das machen sollten weil wir haben noch nicht wirklich Missionen dafür ne ich würde die Shotgun vielleicht noch ein bisschen upgraden wo die Pistel komm ich mach erstmal die Pistel nochmal Nachladegeschwindigkeit vielleicht noch ein bisschen runter Fitness ich hab noch 1000 ach gut wie lang wird das hier noch gut gehen ich weiß es nicht ich weiß es nicht ach so ne zurück will ich gar nicht wieder durch den Spiegel dankeschön ich kann echt drauf verzichten ein Gott sei Dankeschön das sieht nach dicke dicke Party aus hier ich kann da nicht durchschießen na klar kann ich da nicht durchschießen aber den kann ich zumindest schon mal ausschalten da oben ist ein Generator ich gehe doch nicht runter kannst du aber vergessen hier ist ärgerlich dass ich das nicht durchschießen kann kann ich da vielleicht schon so ne Sprengfalle hin machen so prophylaktisch auch nö ich will wieder hoch ich hab echt wenig Munition ist euch das Klarspiel hier verbrennen die sind noch da drin noch ist das Sprichwort ich glaube allzu lange werden die da auch nicht ich will da nicht lang gehen Gott oh hi wo kommst du denn plötzlich her kommen wir da irgendwie einzeln raus oder wie oh Gott ja wow das hat ja richtig viel gebracht los 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 oh warte mal da unten ist Munition ich muss mir die Munition holen ich kann nicht anders oh Gott denk gar nicht dran ey Junge wo kommst du denn das exklusive noch her ach da oben Kollege findest du das witzig oder was ich find's nicht witzig ähm oh Gott die hat gesessen ich glaub ich nehm gleich jetzt zwei ne hey wieso kann ich nicht noch eine nehmen komm gönn dir und den bitte noch verbrennen dankeschön oh Gott wie der hier rankommt ne und guckt echt unangenehm dann wir in Ruhe ich weiß ich kann dir nichts anhaben ich weiß ich muss da runterklettern damit sein Kumpel wieder da rauskommen kann damit sein Kumpel wieder da rauskommen kann ist er tot ich komm hier halt nicht durch hä jetzt kommt er wieder du alte Sau was ein Schweinehund was ein Schweinehund ey hä was zum Henker der lebt auch noch klar warum sollt der auch noch nicht mehr leben hier hier mach mal auf da war das finde ich nicht gut hab ich nicht wenigstens getroffen ne ne ich hab den nicht getroffen ey was kommt der hier noch ne lass mal scheiße ey haha bist du witzig Kumpel bist du witzig oh alter 5 Kugeln ja dankeschön ich hab ja nicht irgendwie 20 verschossen und ich geh jetzt hier oben in den Käfig rein wo grad die ganzen Zombies waren gute Idee alles sehr unangenehm aber wie ist es unangenehm weiter geht das Herr Fadwi erst in der nächsten Folge ja wir sind schon wieder ein bisschen drüber Tschüss 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 Tschüss